Servus, liebe Bayern-Freunde! Hier ist euer Stadionsbrücher Toni vom Turm. Heute in handwerklicher Funktion, nämlich hier mit den letzten Feinheiten in unserer Main Echo Arena. Aufstehen, Alzenau! So heißt der aktuelle Leitsatz. Und viele Ehrenamtliche, die sind bereits aufgestanden. Und es ist angerichtet. Ja, Main Echo Arena und Kassenhäuschen sind blitzblank geputzt, der Rasen gemäht, die Linien gezogen, Bratwursthütte und Getränkebude sind frisch gestrichen. Ja, und auch die Stadionzeitung Attacke Alzenau, auch die ist gedruckt. Und so kann es losgehen mit der Hessenliga-Saison. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, euch vom Turm aus zu begrüßen. Also, schaut rein! Aufstehen, Alzenau!